Wie viel Geld braucht man eigentlich, um mit Dropshipping und Shopify zu beginnen? Braucht man 100, 200, 500, 1000, 3000, 5000 Euro, um zu starten? Das erfährst du heute in diesem Video und wenn du neu auf dem Kanal bist, einfach mal direkt abonnieren und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du dem Ganzen natürlich noch einen Daumen nach oben geben. Shopify, Dropshipping, was ist das Ganze? Du baust einen Online-Shop auf, verwendest Produkte von fremden Leuten, die du in deinen Shop packst und für einen höheren Betrag verkaufst, um dir die Gewinne einzustreichen. Das machen die meisten, indem sie Produkte aus China nehmen, mit AliExpress zum Beispiel oder in der EU mit Lieferanten wie Big Buy und wenn man ganz cool drauf ist, sowas wie Salehood, einen Premium-Lieferanten zu bekommen. Aber was hier viele vergessen, ist die Start-up-Gebühr. Diese Kosten halten viele vom Starten ab, weil sie nicht genau wissen, wie hoch das ist, was für ein Commitment ist es, weil es wird in der Business-Schule, auch BWL-Studium, gelehrt, dass man Start-up-Kosten hat, also Start-Kapital braucht, um ein Business zu starten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann man Business starten für wenig Geld. Manche schaffen das auch für 0 Euro. Ich möchte dir aber heute in diesem Video realistisch darlegen, was du wirklich brauchst, um zum Beispiel mit E-Commerce zu beginnen. Wenn du ganz am Anfang bist, empfehle ich dir natürlich das Modell Dropshipping, weil es sehr einfach ist zum Starten. Warum? Weil du fremde Produkte eben, wie gesagt, verwenden kannst. Und wie viel brauchst du jetzt wirklich? Brauchst du jetzt 100, brauchst du 200, brauchst du 500, 1000, wie auch immer? Aber ich verrate dir das jetzt ganz kurz und knackig. Es gibt genau zwei Arten von Kosten, die du am Anfang haben wirst. Und das sind einmal die softwareseitigen Kosten und einmal die produktseitigen Kosten. Warum? Weil du auf der einen Seite den Shop hast, der mit Software betrieben wird, und natürlich einmal die Produktseite. Da musst du natürlich wissen, ob alles funktioniert. Also softwareseitig kommt auf dich zu ein Shopify-Account. Der günstigste Shopify-Account kostet 29 Dollar im Monat nach einer 14-tägigen Testversion, die du dir unter dem Video übrigens sichern kannst, wenn du das gerne möchtest. Und dann kannst du deinen eigenen Story erstellen und kannst schon mal alles aufbauen und so weiter, während in 14 Tagen mal ein bisschen das Gefühl bekommen und natürlich dann auch andere Produkte verkaufen. Und das machst du, indem du die App Oberlo benutzt, wenn du zum Beispiel AliExpress Dropshipping machen möchtest oder natürlich dann über Oberlo Verified Suppliers dann natürlich Premium Lieferanten nutzen möchtest. Das Ganze ist bis 50 Bestellungen kostenlos im Monat. Das heißt, du hast einmal Shopify für 29 Dollar und Oberlo nochmal für 29 Dollar im Monat. Das sind die ersten softwareseitigen Kosten. Als nächstes braucht dein Shop natürlich noch eine Domain. Das ist die Adresse, auf der er registriert ist. Also wenn du zum Beispiel Entsafterzeug verkaufst, also so grüne Smoothies und so weiter, dann würde ich es nennen mydailyjuicing.com oder sowas. Das ist dann eben die Seite dafür. Wenn du die eingibst, kommt man auf deinen Shop. Und das kostet dich zwischen 12 und 14 Dollar, je nachdem, was für ein Domain du dir kaufst. Manchmal gibt es auch Angebote für 1 Dollar Domains. Dann heißt es so .xyz oder so. Also wirklich .xyz. Das habe ich auch schon tausendmal benutzt. Und es sind auch gute Domains. Kann man sich alles holen. Und vor allem, das ist echt super günstig. Und da sollte man nicht sparen. Also ich meine, der Domain 14 Dollar, come on, maximal. Das heißt, wir haben ungefähre Kosten von Shopify für 29 Dollar, Oberlo für 29 Dollar und für 12 Dollar dann nochmal die Domains. Wir sind bei 70 Dollar im Startmonat. Danach eben ein bisschen weniger. Und jetzt kommen eben noch die Produktkosten. Und was meine ich damit? Die Produktkosten, um dass du mal dein eigenes Produkt testest. Du solltest auf jeden Fall wissen, ob das Produkt überhaupt ankommt, wie lange die Lieferzeit ist, wie die Qualität des Produktes ist, wie ist die Verpackung und so weiter. Und das solltest du einfach testen. Dafür würde ich dir empfehlen, dass du dir einen bestimmten Betrag raussuchst. Um einfach mal anzufangen, die Qualität zu checken, reichen auch erstmal 30 Dollar. Du musst ja nicht unbedingt 50.000 Produkte haben. Es reichen nochmal 5 Produkte, 2 Produkte. Du kannst sogar nur ein Produkt testen, wenn du das möchtest. Ganz wichtig, dass du einfach mal die Qualität selber nutzt. Ich empfehle am Anfang 30 Dollar. Wenn du mehr hast, nimmst du mehr. Und so sind wir auf dem Gesamtkostenbetrag vom ersten Startmonat von ungefähr 100 Dollar. Das sind ungefähr 88 Euro bei heutigem Wechselkurs. Also bei 0,88. Also ganz simple Sache. Du kannst also schon für 80 bis 100 Euro komplett starten. Super simple Sache. Ich finde, das ist ein super geiler Betrag, um einfach mal anzufangen. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze natürlich aufs nächste Level bringen willst, dann kannst du natürlich noch mehr Produkte testen und so weiter. Aber für den Anfang reichen wirklich 100 Euro, um einfach mal was sich aufzubauen. Damit hast du schon einen Monat Shopify bezahlt, einen Monat Oberlo bezahlt. Da du aber noch 50 Bestellungen frei hast bei Oberlo, kannst du dir die 29 Dollar im ersten Monat sowieso schon mal komplett sparen. Es sei denn, du machst natürlich viel mehr Umsatz. Kann ja natürlich passieren. Also richtig gute Sache auf jeden Fall, dass man mit 100 Dollar und weniger heutzutage schon sich ein eigenes E-Commerce-Business aufbauen kann. Und die ganzen Schritte, die du brauchst, um das alles zu schaffen, habe ich dir in meinem E-Commerce-Blackbook dargelegt. Damit kannst du in unter 60 Tagen dein eigenes E-Commerce-Business aufbauen. Egal, ob du Anfänger bist oder du schon einen eigenen Shop hast, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.